STRONG TaaaaaaAaAaAaAaAaAaAaTHAaaaaaaa Kleiner Fehl Willkommen beim ersten deutschen Fernsehen mit dir, mir und ihr ähm wir Auf jeden Fall, ein überschesslicher Kohlsteinliegen ist tief, kommt hinten nicht mehr hoch. Was? Was habt ihr uns gegeben? Die haben wir so bekommen. In Afrika streiten sich zwei Chamäle um ihre Höcker. In Erfurt steilte sich um zwei Meter. McDonalds hat noch geschlossen. In Essen essen die Essener ihr Essen. In Kruger-Essen ist gerade ein Streit zwischen mehreren Blumen und einem sehr großen Rasen. Im Moment sind es in Köln still. Kommen wir nun zum Ausland. Du schnallst voraus. Ich kann ja nicht schnallen. Doch, kannst du es. Nein. Egal wie ich mich bewegt habe, du kannst doch das schnallen zu. Ja, okay. Kommen wir nun zum Ausland. Berlin. In Berlin kam es zu einem heftigen Sturm. Eine Blondine hat den Föhn angelassen. In Italien beschweren sich die Bürger wegen Diebstahl. Es handelt sich um den wohlscheinlichen Weihnachtswann. Ja. Ta, 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 ta. Es ist ein Turm.